Der CeBIT-Mittwoch ist vorbei. Was für ein Tag. Also ich habe noch nie so volle Auditorien bei den Talks gesehen. Ich weiß nicht, Tijen, wie war es denn heute bei dir? Bei mir war es ganz großartig. Also was wir heute gesehen haben, ist definitely, the future is female, hieß es heute, weil wir ja diesen Women in Digital Business Summit hier hatten. Und insofern, wir haben gesehen, dass die digitale Transformation vor allem auch Diversität befördert. Und das hat mich besonders gefreut, weil ich mich ja auch persönlich sehr stark für das Thema mache. Wir hatten ja übrigens auch auf den anderen Bühnen ganz viele starke Frauen. Wir hatten Dr. Julia Shaw zum Beispiel. Wir hatten Dr. Sandra Wachter bei uns. Also sehr, sehr schlaue, unglaublich beeindruckende Frauen, die zum Thema Artificial Intelligence gesprochen haben. Aber jetzt schauen wir einfach mal auf den Donnerstag. Ich meine, Tijen, was machst du denn morgen? Morgen darf ich den Digital Business Day von der Telekom moderieren und freue mich schon sehr, sehr drauf. Ich freue mich auch sehr auf morgen und ich kann wirklich nur jedem empfehlen, kommt ihr her, schaut euch das an. Es lohnt sich wirklich. Wir sehen uns am Donnerstag. See you in a bit. Bis morgen.